Sie setzen Atlassian Confluence als Enterprise-Wiki ein? Dann sollten Sie überlegen, das Standard-Design an Ihr Corporate-Identity anzupassen. Zeigen Sie Ihren Anwendern, dass Sie in Ihrem Wiki zu Hause sind. Welche Möglichkeiten Sie für Designanpassungen haben, werde ich Ihnen auf dem diesjährigen Confluence Angela Community Day am 15. November in Dresden zeigen. Sie können nicht nur Formatierungen wie die Überschriften anpassen, sondern auch den Header firmenspezifisch gestalten, das Suchefeld integrieren, eine Navigationsdarstinung und sogar den Bereichsansprechpartner in der Seitenleiste anzeigen. Und das alles mit Confluence Board mit. Wie das geht, zeige ich Ihnen anhand einer Testinstanz gern im Live-Fact. Als Manager In-House Applications bin ich verantwortlich für die in unserer Brandschutzgruppe eingesetzten IT-Anwendungen. Die Brandschutzgruppe Fire Protection Solutions, rund um Kalanbau Brandschutzanlagen, besteht aus 28 Business Units an 21 Standorten in Deutschland, Wohlen und Österreich. Sie ist Teil des weltgrößten Bau- und Konzentrationskonzerns INCHI, der in Deutschland neben Brandschutzanlagen unter anderem auch Isolierung, Smart Industry, Industrielösungen sowie IT-Lösungen anbietet. Ich freue mich bereits, Sie im November persönlich zu treffen und mit Ihnen über die Anpassungsmöglichkeiten von Confluence und anderen Problemlösungen auszutauschen. Networking ist ausdrücklich erwünscht. Ihr Magnus Bohr Wir sehen uns beim nächsten Mal.